Jeder einzelne von euch, der Revi hatet, einfach muss jetzt sich entschuldigen, weil er ist... Ja, Revi ist saugeil. Oh nein, Vini, du hattest recht, es ist wirklich Revi. Boah, ich muss das Light fixen, weil sonst kommt wieder irgendeiner und sagt, Nee, Revi, wieso hast du das Light gefixt? Affen, Alter. Nervig. Nein, nervig. Nee. Es muss an der Stelle ein Double Kill gewesen sein, warum Matra und Trimax sind zwei Geschwister, die immer zusammen rumlaufen. Du sagst mir, ich glaube dir. Egal, was du sagst, ich glaube dir. Bitte sag. Miki, you done for. Was, was, was? Ja, Miki ist auch runtergelaufen. Ich bin Admin rein und Miki ist raus. Warum Miki, warum Miki, warum Miki? Warum verpreidigt Kevin den? Kevin auch raus. Miki kommt mir aus Cafeteria entgegen, aus der Richtung, wo die Leiche liegt, die Leiche liegt, oben in Cafeteria. Ja, aber Trimax nicht auch... Boak-Champ, wollen wir trotzdem Miki worten? Der hat sich ja auch nicht verteidigt. Ja, lass einfach machen. Was heißt denn? Ich habe mich noch nicht verteidigt. Ich kann nur Farbe worten, ich muss Farbe worten. Hä, was willst du denn so, Idiot? Mann, spann dich mal. Diese eine Worte auf Fabo, Veni, warum? Ich glaube, Fabo, wenn sie sind. Hä, wieso erzählst du das nicht, Veni? Junge, what the f***? Darin bin ich gut. Let's go, Baby. Eins in die Knossi. Hier ist der Nummer 1, Schmetterling! Warum? Ich will Veni rauswoten. Warum? Die Türen... First Round, Instant Türen zu, macht nur Veni. Das ist doch kein... Diese Muster, Digga. Romatra macht das auch und Kevin klickt auch immer irgendwo hin. Können es auch Veni und Revi sein? Und wir haben mit Miki... Boah, Kevin, Alter, jetzt check doch mal, dass ich es nicht bin, dann. Was soll das? Ey, ganz kurz, ganz kurz, wollen wir jetzt Veni einfach nur deswegen rauswoten? Nein. Ich wollte Veni dafür. Nein, wir müssen, müssen wir, müssen wir, oder? Obwohl, Veni haben wir nicht gesehen. Ach, Digga. Nee, wir müssen das hier jetzt mal die ganze Zeit bei Kevin. Nee, das kann nicht gerade so sein, das kann ich so sein. Mann, Kevin, schenk es doch endlich. Ich will doch nur meine Aufgaben fertig machen. Ich glaube nicht, dass Revi es ist. Lass Kevin rauswoten, der nervt mich gerade einfach. Veni, ich hab geskippt, Veni Papa Platte, einer von den beiden, denke ich. Glaube auch, glaube auch, real talk. Kevin ist die ganze Zeit so push-up. Ich hab mal das nicht da, Bro. Ihr macht einfach eure Aufgaben. Ich hab irgendwas in Electrical und dann... Auf dem 10er Papa-Papet-Plate. Da kann man nichts gegen sagen. Lobe! Boah, ist das nervig mit diesen Sch***-Türen da, mit der Kolbe. Ey, Junge! Boah, Digga, also irgendwas ist hier auf jeden Fall. Also, einer von denen ist es. Ich sag's, wie's ist. Du willst, dass ich drücke? Yes, sir. Ja, einer ist gestorben, oder? Ja, und das ist Kevin. Also, real talk, real talk. Ich kann's saven. Fabo hat, also, es wäre... Vielleicht ist Fabo einfach smart. Der hat gesagt, er will Scan machen. Er hat einen Scan auf jeden Fall, zumindest pretended. Aber ich hab gesehen, dass aus Mad-Bay rausgekommen ist. Fabo ist nur ein bisschen late, als eben dieses Ding da kam. Äh, als der Alarm kam, gewesen. Muss aber nichts heißen. Caruso und Reap sind's auf jeden Fall nicht. Und ich geb nen fett, fett Zass auf Veni. Ich vote jetzt Veni. Wir haben nur noch einen, aber ich will hier gewinnen. Reap, du bist auf keinen Fall. Ich glaub nicht, dass Revi ist. Ja, ich glaub, Fabo. Weil Revi Fabo deckt und es muss dann eigentlich Veni oder Fabo. Ihr wisst nicht, wie oft ich jetzt gerade davor war, einfach Alter, viel zu drücken. Ich raste aus, Alter. Warum? Er kann einfach der Impostor der Todes aufhören, Sachen zu sabotieren. Micky, die Türen waren einfach nur nervig. Es war einfach nur nervig, Bro. Mann, dieses Müll-Game. Digga, also das ist doch wirklich wieder ein großer Haufen vom Herrn, ehrlich hier. Digga, ich mach jede Runde, mach ich das Gleiche. Es geht die Phase schon wieder los. Dass ich hier wieder die ganze Zeit nur aufräume auf diesem Müll-Shift, Digga. Boah. Ja, Russo, wo kamst du? Der hatte glaub ich bin tot, weil das meine Farbe war. Sag mir, von wo du kamst gerade, Russo. Der stand vor Atmen. Dann vor Atmen. Nee, nee, aber von wo kamst du da? Du kamst ja von Storage. Der stand da ganz mit im Gang rum, Alter. Der hat ja einfach gew-tet oder sowas. Ja, ja. Sag mir doch was, sag mal ruhig, Alter. Ich bin von Navigation mit Caruso runtergelaufen. Bis nach Atmen rein. Okay, dann sind beide Sass, I guess. Nein. Oh nein. Wir waren auch die ganze Zeit dabei. Wir waren die ganze Runde in der Freiergruppe. Dann sind alle drei Sass. Ja, nee. Ich hab ja leider nur Caruso von Storage kommen sehen. Der Rest war doch nicht. Ja, aber Bro, ich war da auch drin. Ich war da auch drin. Also Caruso stand. Ich bin von Electrical, bin ich... Warte mal. Electrical bin ich direkt reingelaufen, habe ich Lights gefixt und dann ist, glaub ich, Farbe. Rewi, Bro, du weißt, ich liebe dich, aber du wastest Zeit. Wo liegt die Leiche? Hab ich doch gerade gesagt. Links in Storage, rechts in Storage, wo in Storage? In Electrical. Da hast du nicht gerade... Ist doch scheißegal. Hinter Electrical, für Electrical. Ganz hinten nach rechts Electrical auf der Aufgabe. Ganz hinten nach rechts. Das Ding ist, ihr kamt ja von Storage und ihr meintet, ihr seid ja von Navigation durchgesprintet. Irgendjemand wird ja Electrical gewesen sein, I guess. Ja, ich war Electrical drin. Das können ja dann nur noch Revi, Danny, Fabo, Veni, Miki gewesen sein. Ja, ich war in Electrical drinne und bin aber dann schon rausgelaufen. Rechts in Navigation. Ich habe Revi Lightfixen gesehen und dann bin ich nach links gegangen. Ja, Fabo habe ich auch in Electrical gesehen. Wo waren Veni und Miki? Wo waren Veni und Miki? Veni war auf Navigation und dann wieder weggelaufen. Und wo war Veni? Den Abzug, die Sachen rausschleudern. Ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, weil es eh nur Kevin gestorben und der einen kleinen, also machen wir weiter. Skipout. Das war's komplett. Ich bin so weit weg, es bringt nichts darüber zu laufen, sagst du es. Aber diese Download- und Upload-Taste sind die schlimmsten für mich, wirklich. Ich hasse es, auf irgendwas zu warten. Man sitzt einfach nur hier und wartet. Wenn man irgendwas machen könnte, so, währenddessen, dann wäre das cool. Aber ich hasse das einfach, ich hasse das. Ey, ich kann was sagen, es war Veni, Veni ist wahrscheinlich von Electrical, also halt von Electrical da hochgewendet, weil die Türen waren zu, also Türen sind vor Security zugegangen, da kann kein anderer reingegangen sein. Lass doch mal. Ja, nee, ich weiß es, ich weiß, weil Veni kam gerade rausgewendet aus Electrical, deswegen... Ich habe noch eine Sache gewendet, ganz kurz darauf. Ich weiß einfach, weil die Security gegen die Tür ist, du da in Keil-Cott-Time-And-Strein. Guck mal, Digga. Erst mal Miki jetzt reden, bitte. Ja. Ich war vorher Admin, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist, aber Veni hat ultra lange gebraucht für die Karte. Ist das typisch? Nein, das dauert manchmal, Digga, das ist nicht immer perfekt. Ja, okay, kann passieren, Revue, was wolltest du sagen? Ich wollte gerade sagen, ich finde es super weird, dass Danny direkt auf Veni so shootet, weil wir Danny eben leicht gesuscht haben. Nein, Danny ist es nicht. Danny ist es nicht. Danny ist einfach nur f***ing retarded, aber jetzt nicht Imposter. Es ist jemand in Security zweimal ins Wend gesprungen, der gemerkt hat, er kann nicht rausgehen, weil ich in Electric stand. Dann ist er wieder in Security rausgesprungen und dann wurde die Leiche reportet. Das war ein Self-Report wahrscheinlich. Was? Ich? Was? Ich bin reingegangen. Okay, wir skippen bei der Info. Das andere, was ich fragen will, ist, Max, du hast ja in Weapons gerade gedownloadet, oder? Äh, nein. Am Anfang der Runde, Max, da bist du noch downloaden gegangen in Weapons, wo Fabo auch... Ich habe ja den Download gestellt, ja. Ja, und hast du es auch gemacht? Nein, habe ich nicht. Ihr könnt sehen, dass ich nicht gewendet sein konnte, weil ich da mit euch im Gang stand und die Tür zu bauen und ich nicht reingekommen bin. Wieso? Oh, die Tür war ja zu. Danny gerade den Wort noch irgendwie reingedrückt, so auflässig, auf ganz hinterher. Danny an der Stelle ein wenig auffällig. Hello there. Okay, Veni hätte mich auch easy snacken können gerade. Nicht gesehen. Gerade in dem ganzen Schlamassel hier habe ich eigentlich nur nicht Danny und Mickey. Wir waren unten Endman mit Fabo. Fabo war auch kurz drin. Das ist richtig. Trimax, wo warst du? Dich habe ich auch nicht gesehen. Ende bei Mad Bay und musste die Reagenzgläser einfüllen. Ähm, Caruso, wir sind ja gemeinsam im Cafeteria gelaufen, du bist dann runter, ich bin hoch, ne? Ich habe dann bei Weapons, äh, Revi gesehen, wie er hochgelaufen ist und dann wieder runtergelaufen ist. Ganz kurz nur, aber glaube ich. Bei Weapons war ich nicht, Bro. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn, glaube ich, so kurz einmal AD'n sehen, aber er ist auf jeden Fall dann runtergelaufen und hat den Oxygen gefixt und ich bin halt neben ihm gestanden auf Abstand. Ach, das meinst du, das meinst du, ja. Und dann bin ich rübergelaufen Richtung Navigation und im Gang von Navigation, da wo eigentlich auch die Campas sehen müsste, lag die Leiche. Ich saß hier den Self-Report, ich skipp trotzdem bei sie. Self-Port? Ja, okay. Stimmt. Wirklich schon wieder das Hass. Weil Weapons wurde gestanden. Ja, ja, ich bin sowieso wieder und das Hass. Ich gebe einen leichten Call immer noch Richtung Danny. Danny und Max. Boah, schwierig, Leute. Heute ist es schwierig tatsächlich. Trimax, wieso standst du nur davor? Ich bin von unten gekommen und habe instant das Ding fertig gemacht. Warum warst du so spät da? Warum kommt ihr in einer Vierer-Gruppe? Weil wir Schiss haben, umgebracht zu werden, Bro, weil das sinnig ist. Wieso rennst du mal alleine rum, du Wahnsinniger? Ich bin total schnell zum Code gegangen und habe ihn eingegeben. Ich dachte, ich sterbe. Also du hast schon ziemlich lange da gebraucht, to be honest. Ich habe fast geblückt, weil eine Person forever im Abbauzustand und den Code nicht eingegeben hat und jetzt weiß ich auch, wer es nicht. Max hat gerade tatsächlich den Code nämlich einfach nicht eingegeben. Also er hat nicht gedrückt. Er hat gewartet, bis wir um die Ecke kamen. Weißt du, was ich meine, wen? Ja, ich weiß, weil ich stand in Admin. Ich habe als erstes den Code bei O2 unten gefixt. Ja, ja, safe, 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 safe. Da kamen dann Danny und Fabo ran und dann habe ich mich ins Admin-Panel gestellt. Das heißt, du hast schon das 1 von 2 gesehen. Ja, 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 und geguckt. Ich stand im Admin-Panel und habe die ganze Zeit gesehen, dass jemand im Abbau 2 ist, aber es wird nicht gefixt. Dann war es Trimax, dann war es Trimax, weil ich kam um die Ecke und ich habe mich schon gewundert. Ich habe überhaupt nicht lange dafür gebraucht. Nein, Max, du hast sehr lange gebraucht. Es ist auch ganz ungewöhnlich, dass du überhaupt so eine Aufgabe machst, Max. Das kommt noch mal mit dazu. Das Ding ist, wir können auf jeden Fall jetzt Trimax rausvoten, weil er da so lange drin stand. Und Vini hat auf jeden Fall recht. Nein, das ist kein Rende-Vote. Vini war schon viermal Sass und jetzt sagt er, wer es ist. Und dann bin ich's. Vini! Fabo rennt die ganze Zeit hinter Danny her. Okay, ich weiß, wer es jetzt ist. Fabo, er ist extra nochmal zurückgestappt hinter Danny hinterher gerade. Ich habe extra gewartet, weil ich schon gesehen habe. Oh nein, Vini, du hattest recht. Oh nein, Vini, du hattest recht. Es ist wirklich Revi. Womit hatte ich recht? Auf alles, Vini, Hand ins Feuer, Gesicht ins Feuer. Guck mal, das Ding ist, ich war gerade Richtung Reactor und sowas und habe gerade gesehen, wie Dings da Lights gefixtet hat. Ich habe mich schon gewundert. Hä, Fabo, da ist er auf der Stelle am Tanzen. Die ganze Zeit gucken, dass... Digga, was laberst du? Ich habe Lights gefickt. Lass mich doch ausreden, Bro! Bin aber dann aber zurückgesteppt tatsächlich und habe mich gewundert, warum Fabo direkt hinter Danny hinterher ist. So ist es passiert. Fabo muss es gewesen sein. Wo war die Light? Ich war in Camps. Ich war in Camps. Und ist Fabo neben dir. Ich? Sag doch bitte... Ich habe doch die Leiche reported gerade vor Electrical. Ja, du sollst mich sagen, wo sie ist. Sag uns bitte noch mal. Vor Electrical liegt die Leiche. Kurz vor Electrical. Da. So, dankeschön. Warum bin ich es jetzt? Hä? Weil du ihn umgebracht hast, Digga. Weil es Proof ist. Weil ich gewartet habe, was du machst. Weil du schon so hin und her gesteppt bist vor Danny. Ich mache jetzt einfach das, was Vini gemacht hat. Weil... Keine Ahnung. Jeder Einzelne... Revi ist ein Gott auf dich. Jeder Einzelne von euch, der Revi hatet, einfach muss er sich entschuldigen, weil er ist... Ja, Revi, saugeil. War wirklich ein saugeiler Plan. Ja, dankeschön. Dankeschön. Untertitelung... Bis zum nächsten Mal.